Ganz kurz noch bevor das Video beginnt. Mit diesem Video starte ich eine Krabbi Shorts Reihe auf diesem Kanal. Die Shorts werden, wie der Name schon sagt, kurz an uns zu einem Thema, das für ein Highlights zu groß wäre. Außerdem ist die Musik wegen Copyright an ein paar Stellen gemutet. Jetzt viel Spaß. Mach 5 Liegestütze, lohnt sich? Ey, Wadi Team, ich hab gestern so ein heftiges Sascha-Huber-Workout gemacht, ich schaff keine 5 Liegestütze mehr. Soll ich 5 Liegestütze machen? Ja, ihr wollt's wieder sehen, dass ich verrecke oder was? Warum soll ich 5 Liegestütze machen? Wadi Team, ich hab gestern 20 Minuten dieses HIT-Training gemacht. Ich hab den Muskelkater des Todes in meinen Beinen. Okay, dann, ich hätte 100 Zaps bekommen. Wadi Team, ich hätte eh keine 100 Zaps bekommen. Safe verarsche. Wadi Team, ich hab gestern bei dir gesehen. Blackjack lief nicht. Blackjack lief doch gar nicht. Woher 100 Zaps? Doch, hättest. Ah, ja, ja. Ja, Wadi Team, tut mir leid. Next time, machen wir beim nächsten Mal. Mach 20 und du kriegst 100 Zaps. So, pass auf. Ich mach 10 Liegestütze. Aber nur, weil ich flexen möchte, dass ich 10 schaff. Wäre, einfach nur so. Wir sehen, wie das ging. An dieser Stelle ist mir leider aufgefallen, dass Krabbes Subgift Musik Copyright ist und ich konnte seine Reaktion nicht mehr reinschneiden, weil man sonst die Musik im Hintergrund hat und ich keine Lust auf noch ein gelbes Video habe. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Bis dann.